Ich hab'n USB-Stick! Ja, reden wir nicht weiter drüber und spielen. Hören wir heute raus an Thomas. Hä? Ach hier. Hä? Ach hier. Meine Grafikkarte, geht ab! Nein, 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 nein! Nee, 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 nee! Bin ich erst da? Bin ich erst da? Nein. Ja okay, ihr seid ja dann zu zweit schonmal gut aufgestellt. Dann mach ich hier mit Flussdash. Oh, fick dich Junge! Oh ja! Weg da, weg da! Hier ist schon wieder nix, ey! Ja, pass auf, hier jetzt im PC. Ja, nee, ist keine. Scheiße! Sag mal, hab ich Chlor und äh... Ach Gott, was sagt er denn hier wieder? Fliegen-Abwehr-Spray. Na, wenn Fliegen mal meine größte Sorge hier wär'n. Mann, Thomas, du machst einen Krach! Ach, guck mal hier! Boah, Alter, Thomas! Alter, ey! So, wo seid ihr denn, Flo, Yannick? Ich bin in einer Tankstelle, achso. Äh, wir sind gegenüber. Wissen nicht, ob Flo noch hier ist. Ja, ich mach Stashes hier um unser Haus rum. Ich geh mal zum Auto. Oh, ist das befreiend, dass ich nicht mehr auf den USB-Stick hoffen muss. Ja, doch! Mich? Drei Stück brauchst du noch! Ja, dafür Hunter. Scheiß doch auf Hunter. Ja, ich... Erstmal kommt Yannick. Ja, hier oben in der Ecke war schon jemand. Ja, ich. Ich hab'n USB-Stick! Ja, Yannick, komm her, dann geb' ich dir den. Du läufst jetzt hierher, ne? Du läufst jetzt hierher, ne? I'm fast as fuck, boy! Wollen wir jetzt hinlegen, oder? Da ist er. Das wär' jetzt... Wenn der durch den... Ich sprech' nicht aus. Ich glaub' safer wär's gewesen. Ich hätt' Klaas kurz getötet und dann seinen Rucksack eingenutet. Bist aber nicht du. Oh mein Gott. Wo? Naja, da war der Scaff-Sniper obendruf, ne? Nee, nee, ich bin vor der Tanke. Ja, sonst hättest du jetzt auch gemeckert. Das stimmt. Wir kommen zur Tanke. Oh! Ach, Thomas hat hier die Bots geballert, ne? Ich hab' nix getötet. Du? Bot-Tanke-Tot? Machen wir lieber den Kofferraum auf, Junge. Ja. Rechts sitzt der Killer ja da drin. Was, was? Ist jemand in der Tanke? Ist jemand in der Tanke? Weiß ich nicht. Irgendwel ist sie grad... Äh... Das ist doch ein Gegner hier, oder? Was? Alter, hast du Gras gekifft? Flo! Du siehst aus wie ein Gegner. Du siehst aus wie ein Gegner. Alter, was? Oh! Äh... Vielleicht hilft er uns? Oh, ich weiß es nicht. Scheiße, weg, 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 weg! Okay, bleib... Deck die Tür einfach, deck die Tür einfach. Das... Ich muss verteilen. Ja. Da drin war einer. Hast du ihn? Nein. Oh, Granate. Klang zumindest so anscheinend doch nicht. Ich hab... So, irgendwie der Feuer... Get the fuck out of my room! I play mine! What?! What the fuck?! Uuuh! Untertitelung. BR 2018